Untertitelung im Auftrag des ZDF Der Frühling bleibt bei uns, wir haben auch am Dienstag viel Sonne, praktisch keine Wolken und erst am Mittwoch muss die Sonne, speziell in der Ostschweiz, dann ein wenig zurücktreten mit 10 bis 11 Grad auf den Alpen-Nordzeiten. Ganz einen schönen Abend wünsche ich, merci fürs Zuschauen und bis morgen.